Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zu unserem Fazit unserer England-Tour. Ja, wir sind jetzt am letzten Stellplatz angelangt und wollen von hier aus auch gleich unser Fazit der Tour machen. Wenn wir zu Hause sind, ist wieder genug zu tun und dann wird es wieder nichts. Ja, also, es war die richtige Entscheidung gewesen, dass wir uns für England entschieden haben. Wir hatten ja vorher zwei andere Optionen noch. Das war einmal Nordschweden, dass wir nochmal Polarlichter sehen. Oder in Norwegen, dass wir nochmal den Hadi und die Frieda besuchen. Das hing allerdings eben alles vom Wetter ein bisschen ab. Also Nordschweden hat sich nicht angeboten, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Also war schlechtes Wetter gewesen. Und auch in dem südlichen Gefild von Norwegen war es nicht ganz so beständig. Und dann hatten wir ja schon eine ganze Zeit mal immer wieder nach England geschaut. Und dann immer aufs Wetterradar und da hat sich das halt eben herauskristallisiert, dass dort also so die beste Lage vom Wetter ist und hat uns auch wirklich interessiert. Dann hatte ich noch ganz kurzfristig dann so die Bücher hier bestellt von diesen Christian und Christina Winkler. Die sind sehr gut, da kann man sich doch so das eine oder andere rauspicken. Der bietet immer dann so verschiedene Tages, also was heißt Tagestouren, die Touren gehen immer so zwei Tage. Zehn Touren sind immer in jedem Buch drin. Und wir haben uns da halt auch so das eine oder andere rausgepickt und sind nach dem Buch gefahren. Das haben wir nicht mehr geschafft. Wales, das war überhaupt nicht machbar, weil wir die Straßenverhältnisse in Südengland völlig unterschätzt hatten. Es war sehr schön, die Reise. Hat uns gut gefallen. Was so ein bisschen schwierig in England ist, das muss man wissen, das sind die Straßenverhältnisse. Die sind sehr, sehr, sehr eng und natürlich der dementsprechende Linksverkehr, wo man sich dann umorientieren muss. Die ersten Minuten, wo wir dann rausgekommen sind und den ersten Tag, da hatte ich echt irgendwie, das Gehirn muss das erstmal irgendwie verarbeiten. Das war echt ein merkwürdiges Gefühl. Aber daran gewöhnt man sich sehr, sehr schnell. Das ist überhaupt nicht das Problem, der Linksverkehr, sondern die engen Straßen sind das Problem. Ja. Möchtest du was dazu sagen? Ja, das ist, wie ich sagte, das Problem ist, dass die Straßen zum Teil sehr eng sind. Die Straßen sind nur von einem Fahrzeug befahrbar, also man muss dann ausweichen oder zurückfahren, um Platz zu machen. Und man verkratzt sich das Auto auch, weil rechts und links dann Hecken sind und die Schaben, die Äste schaben nur mal an dem Auto entlang. Und jetzt haben wir einen Van, der nicht ganz so breit ist, also mit einem breiteren Wohnmobil. Das Auto wirst du dir schön verkratzen, nehme ich mal an. Und dann ist es wahrscheinlich, glaube ich, weil das Navi, wenn du das, wir benutzen einfach Google Maps, muss man dazu sagen, kein eigenständiges Navi, sondern Google Maps. Und das Ding weiß natürlich nicht, dass du ein Wohnmobil hast oder einen Camper, der 6,40 Meter lang ist und so und so breit, sondern das Teil geht von einem normalen Auto aus und dann ist das auch einfacher, diese Straßen zu fahren, weil du einfacher ausweichen kannst, wenn dir ein normales Auto entgegenkommt. Aber wenn ein Lieferwagen oder was und wir, das wurde dann schon unter zum Teil ein Bus, dann sind beide zurückgefahren und so, weil es geht einfach nicht. Und da ist es dann wahrscheinlich empfehlenswert, oder das werde sogar ich wahrscheinlich machen, mal zu gucken, ob man eine Navi-App sich runterladen kann, wo man die Maße des Autos eintragen kann. Ob das was hilft, weiß ich nicht, weil bei Google Maps diese Straßen als ganz normale Straßentrenner sind und für englische Verhältnisse wahrscheinlich sogar auf dem Land als normal gelten. Für uns ist es als sehr gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Und ein Spiegel hat das Ganze auch gekostet, allerdings war das noch nicht mal auf so einer ganz engen Straße, sondern auf einer normalen, zweispurigen. Die ganz engen Straßen finde ich auch gar nicht, wenn ich mal kurz unterbrechen kann, gar nicht so schlimm, weil da fährst du langsam, da kannst du nicht anders fahren als ganz, ganz langsam. Und du musst dann irgendwie so eine Bucht finden, wo du dich arrangierst mit dem anderen und da fährt jeder in Schritttempo aneinander vorbei und da hat man das unter Kontrolle. Aber das mit dem Spiegel, die Straße, das war halt eine normale, wie so eine Bundesstraße halt, war in der Stadt. Ja, und da war die Schnelligkeit natürlich auch ein Problem gewesen. Zu schnell war ich nicht, 40 Meilen waren erlaubt, die bin ich noch nicht mal gefahren. Kam uns ein Range Rover entgegen, der zu weit in der Mitte, ich bin zu weit in der Mitte, bang, Spiegel, einer abgekriegt. Dann standen wir da und ach, 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 ach und weh, hunderte von Euro im Eime, weil wir hatten das mal am gemieteten Auto in Norwegen. Fast genau das gleiche, also der Spiegel nicht ganz kaputt, sondern das Gehäuse kaputt und ich weiß nicht, ob damals auch einer von den zwei Spiegeln sich verabschiedet hatte, keine Ahnung. Der Große war auf jeden Fall noch dran, das weiß ich. Und wir haben dann unsere komplette Kaution verloren durch 500 Euro. Na ja, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe geguckt, ob man das auch selbst machen kann und was das kostet. Also ein kompletter Spiegel, beheizt kostet 170 Euro, 170, 180 Euro und man kriegt auch Teile dafür. Und ich habe dann mal geguckt, ich brauche nur das Gehäuse und den unteren Spiegel und das Ganze kostet zusammen 44 Euro oder so. Irgendwas ist eine halbe Stunde Arbeit. Also die 500 Euro damals war etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber gut, dass es so ist, dann waren wir schon etwas beruhigter, es sind nicht hunderte von Euro durch ein Ding gegangen. Und wie gesagt, ich mache das Ding an, wenn ich jetzt zu Hause bin. Hoffentlich geht es auch so einfach, wie du denkst. Ja, geht es. Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du den Spiegel komplett wechseln musst und selbst der kostet nur 170, 180 Euro. Wenn ich das Teil wechsle, dann machen wir ein Video davon, falls das einer interessiert, dem es selber passiert, dann kann er sich das angucken, wie es geht. Und immer gutes Tape dabei, das Ding abgetapet und gut war. Und zum Rest, dann ist auch nichts mehr passiert. Außer, wie gesagt, wenn du auf diesen engen Straßen fährst, du zerkratzt dein Auto, da kannst du machen, was du willst. Das ist, es geht einfach nicht. Haben wir Kratzer drinnen? Ja, nicht schlimm, aber es sind ein paar, kannst du sehen, wo es entlang gegangen ist. Kann man es aber abholen? Ja, die sind noch rauspolierbar, die sind also nicht tief drinnen. Hast du jetzt ein breiteres Auto, hast du mit Sicherheit richtige tiefe Kratzer drinnen. Wir sind manchmal Straßen gefahren, der hätte kein breiteres Auto durchgepasst. Das wäre nicht gegangen. Also wenn du daran denkst, wo wir den Parkplatz, wo wir nicht durch konnten, weil es zu niedrig war und sie uns darunter geschickt hat, weil sie wieder nicht wusste, dass wir höher sind. Und der Parkplatz, der da unten war, der hatte halt eine Schranke und da konntest du nur unter zwei Meter reinfahren. So, jetzt dreh das Ding da unten mal um, schon alleine, das war ein Ding gewesen. Und dann war das eine wunderschöne Landschaft da. Es war so schade gewesen, dass wir da nicht hätten bleiben können. Und da hat die uns aber so einen Weg runtergeschickt. Und diesen Weg wäre kein großes Auto, das wäre nicht gegangen. Und du konntest ja nicht mehr zurück. Wenn du einmal am Fahren bist, bist du am Fahren, dann musst du irgendwie da durch. Also das war schon... Aber trotzdem, die Engländer sind super nett. Also sowieso ganz liebe, nette Menschen. Dazu komme ich dann noch am Ende. Aber auch die Autofahrer waren sehr entspannt und freundlich gewesen. Also von daher... An den engen Straßen hatte ich nicht so die Angst gehabt, weil das Einzige war, weil die dann manchmal ganz schön schnell angefahren kommen. Die kommen dann um die Ecke geschossen. Aber ansonsten arrangiert man sich halt einfach. Gefährlicher sind die schmalen Straßen, wo man schneller fährt. Da, da... Und dann sitzt du ja direkt da, wo der Spiegelcrash gewesen ist. Ich als Beifahrer, wenn du selber fährst, hast du das Auto irgendwie unter Kontrolle. Da hast du ein anderes Gefühl. Aber wenn du als Beifahrer da sitzt und siehst, diese großen LKWs und Busse an dir vorbeischießen. Ne, Leute, ey, das war nicht immer lustig gewesen. Also es war nicht immer schön. Ich habe mich... Zweimal habe ich mich hier hinten hingesetzt und ich konnte nicht. Das war wirklich... Also es ist schon ein bisschen beängstigend. Aber gut, wir haben es hingekriegt und man gewöhnt sich dran. Man muss halt wirklich langsam fahren. Das ist das A und O. Was noch? Auto, Thema Autobeschleunigungsspur. Auf der Autobahn gibt es also nur eine ganz kurze oder gar keine eigentlich, wenn du es so willst, ne? Ja, das waren ja ausgebaute Bundesstraßen. Oder so. Das waren ja nicht die... Du hast ja verschiedene Klassifizierungen. Einmal die M, die Motorway. Das sind die großen Autobahnen. Und dann geht das los mit A. Glaube ich jedenfalls, ist das nächstes A. Die sind zum Teil Autobahn ähnlich ausgebaut, haben aber keine Standstreifen. Die haben auch kaum Beschleunigungsspur. Und dann kommt B. Das sind dann schon die Straßen, wo man sich den einen oder anderen Schweißausbruch kriegen kann. Und dann kommen die, die gar keine Nummer oder keinen Buchstaben vorneweg haben, sondern nur Nummern. Und das sind dann die, wo es wirklich, wo man mit rechnen muss, dass es sehr eng wird. Und ich habe auch ein paar Mal gesagt, weil wie gesagt, Google schickt dich dann natürlich den kürzesten Weg. Ich hätte vielleicht vorher mal drauf gucken sollen, ob es einen Umweg gibt, über breitere Straßen, um da hinzukommen. Selbst wenn man eine halbe Stunde länger fährt, ist es das dann doch durchaus wert. Und die Zeitangaben bei Google, dann stimmen auch nicht. Wenn das Ding sagt, du bist eine Stunde da, rechne mal lieber mit anderthalb, ein, dreiviertel Stunden. Weil du langsamer fahren. Die Geschwindigkeit in den Ortschaften ist so meistens 40 Meilen pro Stunde, 30 Meilen pro Stunde. Das ist umgerechnet bei uns 50 bis 60 kmh. Ja, also England bietet natürlich unheimlich viel Sehenswürdigkeiten. Also man kann sich satt sehen an Sehenswürdigkeiten. Also das war wirklich toll. Also wer so geschichtlich auch interessiert ist und sich auch gerne mal sowas anschaut, kommt in London, Mensch, kommt in England voll auf seine Kosten. Also war ganz, ganz toll gewesen. Kreditkarten und Park-App habe ich hier jetzt noch aufgeschrieben. Also ich würde Kreditkartenzahlung auf jeden Fall der Barzahlung vorziehen, weil die Umrechnungsrate eine wesentlich bessere ist. Und du kannst fast überall selbst kleine Sachen mit Karte bezahlen. Und das habe ich auch fast konsequent durchgezogen dann. Weil, wie gesagt, die Umrechnungsrate bei der Kreditkarte ist wesentlich besser, als wenn du an den Automat gehst, Geld ziehst und dann guckst. Und dann hatte ich eine Umrechnungsrate mit Gebühren und allem von fast 1,30. Und bei der Karte war es 1,14. Also wer hier nach England fährt, Karte auf jeden Fall. Ja, aber eine Kreditkarte, nicht EC. Visa oder eine Mastercard. Das hat super funktioniert. Die Campingplätze, so im Durchschnitt, waren circa so 25 Euro, kann man sagen. Gibt mal eine, kostet 30, der andere wieder 20. Also das war so durchschnittlich 25. Pfund. Und es wird hier immer angeboten, du kannst viel an Pubs stehen und die bieten dir dann kostenlos einen Parkplatz zur Verfügung. Du musst natürlich was essen und trinken. Was zu dir nehmen, du musst nicht essen. Du musst einfach nur dann da was zu dir nehmen. Also mit einem Bier lassen sie dich auch nicht stehen. Ja, aber du bist nicht verpflichtet, also du kannst auch nur was trinken. Wir haben natürlich dann immer da gegessen und getrunken, das ist klar. Und das ist auch bei Park4night oft angegeben, sind Pubs angegeben, wo man dann übernachten kann. Ja, ruft man vorher mal kurz an, ob das stimmt und dann haut das auf. Ja, das hat super geklappt. Ansonsten so Freistehen, also wir haben nicht viel zum Freistehen gesehen. Einmal, wo man freigestanden hat. Ja, genau, das war in Abbotsbury, ja. Es gibt nicht so viele Freistehplätze, man müsste dann auch immer erst den Bauern fahren. Man kann es riskieren, aber das Ding zeigt ja immer an, keine Übernachtung, keine Übernachtung. Und wer sagt, scheiße, ich probiere das jetzt, ist okay. Wenn keiner kontrolliert, hast du Glück gehabt. Wenn sie kontrollieren, hast du Pech gehabt. Du musst wegfahren, ja. Ja, nee, das kostet richtig Geld dann. Achso. Ja gut, also wir haben uns anständig verhalten und nach... Ja, wir haben die Nerven nicht gehabt. Wir haben wirklich brav, sind Pubs angefahren oder eben wirklich ausgewiesene Stellplätze. Und es war ja auch immer, ich meine auch bei den Bauern, wo wir jetzt letztens übernachtet haben, die haben dann 20 Pfund genommen und das war so ein toller Platz. Ich fand das halt dann einfach auch gerechtfertigt. Das waren zwar dann, naja, so ein paar Trocken-Trenntoiletten, die waren auch nicht so... Und die Duschen waren Außenduschen. Aber egal, also man hat wunderbar gestanden, der war sowas von lieb gewesen. Und da zahle ich auch gerne mal 20 Pfund. Also das ist kein Problem. Und bieten schon manchmal auch wirklich schöne Plätze. Gerade da auch die Farmen in Cornwall bieten dann immer so eigene kleine Plätze an. Also die sollte man mal anfahren. Das war traumhaft schön gewesen, wirklich. Thema Hund noch. Also wenn ihr mit dem Hund nach England reist, braucht ihr fast die gleichen Impfungen wie nach Norwegen auch. Ihr braucht den Tollwut-Titter. Ihr braucht ja nochmal so gewisse andere Impfungen. Das steht aber, das weiß der Tierarzt. Da geht ihr einfach hin und die wissen das, die Tierärzte, was man in England braucht. Und wo man es einträgt im Pass. Ja, wir hatten halt das Pech gehabt, unser Tierarzt. Also eine Mädchen hat das in eine falsche Seite eingetragen. Und da haben wir am Anfang ein bisschen Ärger gehabt. Also das war wirklich, gab es ein bisschen Ärger. Muss man denen jetzt sagen und soll in der richtigen Spalte stehen. Da muss man darauf achten. Die sind da sehr, sehr, sehr genau. Ja, die haben uns gesagt, einmal lassen sie uns jetzt damit fahren. Wenn es das zweite Mal drin ist, dürfen wir nicht. Da sitzt ein anderer dann da. Ich habe noch nie mal so ein hundefreundliches Land erlebt. Jedes Lokal, überall, also kannst du die Hunde mitnehmen. Es ist überhaupt gar kein Thema. Es ist so wunderbar und die sind auch so hundefreundlich. Und überall stehen Näpfe. Du kriegst immer Leckerchen, verteilen sie und so. Ich glaube, fast jeder Campingplatz erlaubt dort Hunde. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Ganz toll. Wunderbar hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann, wenn ihr eincheckt nach England, es dürfen keine Autos mit Gastank fahren. Auf dem Euro. Im Euro-Tunnel. Im Euro-Tunnel. Eure Zug im Euro-Tunnel. Also die dürfen da nicht rein. Nur wenn du jetzt so wie wir eine Gasflasche hinten drin hast, das darf sein und das kontrollieren sie dann auch. Ja, die kontrollieren, dass das zu ist. Dass das Ding zu ist, Leitung ab, also wie es zu sein hat. Aber ein Gasbetriebenes Auto darf nicht auf dem Zug. Nein. Ihr braucht Reisepass. Ja. Ich hatte ja keinen gehabt. Bei mir wurde es ja dann auch brenzlig. Kurz vorher hat aber alles geklappt. Da auch großes Lob bei uns in Cottbus an die Stadt, das haben die super gemacht. Also Reisepass ist notwendig. Ja, und... Meine Lampen musste ich umbauen, ja. Ja, wir hatten noch die hellen drinnen, von oben. Aber die machen wir auch wieder rein, weil die fand ich gut. Ja, die dürfen auch nicht dort gefahren werden, diese Scheinwerfer. Ne. Also nicht als Nachriss, so wie ich sage. Nicht zugelassen. Die sind in England zugelassen, aber nicht, weil unsere Scheinwerfer sind so ausgelegt, dass sie den rechten Fahrbahndrand, ne, den linken glaube ich jetzt, den linken Fahrbahndrand weiter ausleuchten. Und damit blendest du dann in England den Gegenverkehr, weil du ja auf der falschen Seite fährst. Umgekehrt dann, den rechten? Ja, also sie leuchten auf jeden Fall einen Fahrbahnteil weiter aus und damit blendest du dann mit diesen Lampen den Gegenverkehr und deshalb darfst du die so nicht in England fahren. Die Engländer dürfen in ihrem Land schon fahren, weil die Scheinwerfer jetzt so gebaut sind. Richtig. Aber so geht es nicht. Ich musste also wieder die alten H7 reinmachen und ich baue die dann wieder um. Tanken, also tanken war günstiger als in Deutschland. Ja, jetzt habe ich gesehen, die wollten, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja nur Autobahndinger gesehen. Ne, das war keine Autobahn gestern. 2,14 Euro. Ja, 2,15 Euro. Knapp 2 Euro haben wir bezahlt. Die Preise in England, Gaststätten ist so ähnlich wie bei uns, es gibt viel Unterschied, ob es Essen oder Trinken ist, alles so gleich ungefähr. Und auch beim Einkaufen war ungefähr das gleiche wie bei uns ungefähr. Es gibt auch echt gute Supermärkte, die genauso sind wie uns, wenn ihr da in Spar geht oder in Lidl, die haben fast die gleichen Angebote. Bis aufs Brot. Nehmt euch bloß Brot mit, wenn ihr nach England fahrt. So viel wie ihr könnt. Das war ja gar nicht schlecht. Das letzte jetzt. Ein Brot haben wir jetzt gefunden am Ende, das war in dem Supermarkt, ich weiß gar nicht wie der hieß. Tesco oder so. Da hatten sie ein gutes Brot gehabt. Das war ein Sauerteigbrot. Rock und Sauerteigbrot. Aber ansonsten. Oh, Jesus. Ja. Nur Pampe. Wirklich. Ach, London fällt mir noch ein. London, wir hatten ja den Antrag gestellt, ne? Oder diese... Ja, wir wollten ja erst auf einen Campingplatz fahren, um eventuell dann mit dem Zug in die Stadt zu fahren. Also mit dem Auto nach London rein, auf gar keinen Fall. Ich kenne London noch aus früheren Zeiten, da waren wir nicht mit dem Auto, sondern sind dann durch die Stadt gelaufen, uns Dinge angeguckt und das ist Irrsinn, was da für ein Verkehr ist. Und dann mit so einem Auto. Ne. Und wir hatten uns also da so einen Campingplatz ausgesucht, wo glaube ich fast jeder hinfährt. Ja, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Abbeywood. Ja. Und dann kannst du von da aus mit der Elizabeth Line oder so, irgendwie heißt die, in 20 Minuten bist du in der Stadt. Aber das Problem ist, dieser Campingplatz liegt auch innerhalb der Low Emission Zone. Low Emission Zone, ja, von London. Und wenn du da reinfahren willst, musst du dein Auto anmelden vorher. Und die prüfen das. Und dann bekommst du Bescheid, ob du was bezahlen musst oder nicht für dein Auto, wenn du da reinfährst. und das wird auch strikt verfolgt, weil das wird über Videokameras festgehalten. Du kannst also nicht sagen, naja, komm, scheiß drauf, ich fahre da jetzt einfach mal rein, die werden es schon nicht merken. Ne, ne, ne. Und solltest du da reinfahren und ein Fahrzeug haben, das kostenpflichtig ist, dann kommt eine horrende Summe auf dich zu, die du dafür zu bezahlen hast, falls du das Auto vorher nicht angemeldet hast. Ich meine, das kostet immer noch Geld dann, aber du kriegst keine Strafe dazu. Das kannst du online machen, musst es allerdings zum Schluss ausdrucken oder schreiben und musst es da hinschicken an die Adresse, die angegeben ist. Wir haben es dann von hier aus, von England direkt, weil wir wollten ja eh direkt hingeschickt. Dann kriegst du auf deine E-Mail ein Schreiben, wo drin steht, ob dein Fahrzeug kostenpflichtig ist. Ist unserer nicht, ist Euro 6. Damit kannst du so reinfahren. Und je nachdem wie alt euer Auto ist, dann entsprechend, was euch das kosten wird, wenn ihr in diese Low Emission Zone reinfahrt. Aber das muss angemeldet sein, das Fahrzeug. Auch wenn er Euro 6 ist, muss er angemeldet sein, sonst zahlt ihr eine Strafe. Ihr müsst diesen Freifahrtschein haben. Und das ging recht schnell. Wir haben innerhalb von fünf Tagen oder so haben wir da die Bestätigung bekommen. Also das war ganz ruhig. Wir haben es halt von da abgeschickt in den ersten, war aber auch nicht gleich. Erstens zwei, drei Tage. Und dann haben wir es dann abgeschickt und kam noch innerhalb des Urlaubs die Bestätigung. Aber wir sind dann nicht mehr gefahren. Es war dann zu spät für London und das sehen wir uns halt auf. Mal gucken und nächstes übernächstes. Das hängt halt ein bisschen auch von unserem Hund ab, wie der noch kann und noch drauf ist. Und da müssen wir das halt mal sehen. Aber wir haben sie jetzt und das hat man dann halt eben auch so lange, wie man dieses Auto besitzt. Richtig. Achso, was in England auch uns aufgefallen ist, dass es an den Tankstellen kaum Schwankungen gab. Es hat fast überall das Gleiche gekostet. Nee, nicht wie in Deutschland, wo der Preis da am Tag zehn Wochen runter geht. Nee. Ja. So, am Ende kommen wir jetzt noch so, was uns also an England am besten gefallen hat. Also landschaftlich, fangen wir mal an, war das also auf jeden Fall dieser Künastcove, diese Bucht, wo wir waren. Das war, weiß ich nicht, da hat man gedacht, die haben irgendwie Tapete hochgezogen oder irgendwas. Ja, also wenn ihr da hinfahrt, würde ich empfehlen bei Ebbe zu fahren. Dass du an den Strand runter gehen kannst und dir die Felsformationen angucken kannst. Wenn du da hinkommst, wenn Flut ist, kannst du das nicht. Man wird dann immer noch ein schöner Strand sein, aber beeindruckender ist es bei Ebbe, wenn du wirklich da unten entlang laufen kannst. Ach, das war so was von schön. Es war, also, es war der Hammer. Und Cornwall ist einfach ein Traum. Also die Küstenregion in Cornwall ist einfach ein Traum. Ja. Das ist so schön da. Naja, und dann halt viele Castles überall. Ja, die Stimme, ja. Ja, das ist aber wirklich schön. Und die Bauart halt natürlich auch von den Häuschen, mit den Steinhäuschen und so. Das ist alles so idyllisch. Und naja, jetzt muss ich vielleicht doch mal Rosemunde-Pilcher mal angucken. Nee, ich gucke Inspektor Barnaby. Gut, er guckt Inspektor Barnaby. Ach, Winzer noch ganz kurz. Das war auch sehr beeindruckend gewesen. Also wir haben uns Winzer nicht so groß vorgestellt. Nee. Obwohl ich eigentlich schon, du nicht. Nee. Und das war toll. Also die waren auch unheimlich freundlich, die Mitarbeiter dort. Und da ist natürlich ein Massenauflauf. Du wirst dann durchgecheckt, wie beim Flughafen, wenn du da rein willst. Da ist es auch empfehlenswert, vorher die Buchen im Internet zu machen. Ja, haben wir auch gemacht. Weil dann gehst du relativ schnell an. Du musst immer noch an der Kasse ein gedrucktes Ticket dir holen. Aber das geht dann relativ schnell. Schnell. Während du, wenn du hingehst und bezahlen willst, da musst du doch eine Zeit lang stehen. Ja. Also vorher buchen im Internet und dann einfach das Ticket abholen. Und das war toll. Es hat uns echt gut gefallen, mal das halt mal auch live zu sehen, wo die Veranstaltungen auch stattfinden, den Thronensaal. Und also es ist ein tolles, tolles Castle. Sehr, sehr schön. Man hätte noch viel, viel mehr sehen können. Wir haben auch nicht alles da mitnehmen können an dem Tag. Das haben wir gar nicht mehr geschafft. So, unsere Kamera hat jetzt gerade einen kleinen, hat die Nase voll gehabt. Hatte ein Blackout. Hatte die Schnauze voll. Hat aufgehört, aufzunehmen. Ja, hat's gereicht. Genau, es hat doch von der Zeit her gereicht. Jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir das irgendwie richtig hinkriegen. Also wir waren dann noch in der, also ich war dann noch in der St. Georg Chapel. Und er wollte nicht. Ich dachte, komm mit rein, komm mit rein. Guck dir das mit an. Nein, nein, nein. Und das dauert mich so lange und das will ich nicht. Also es hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich bin dann alleine rein und man fahren überhaupt nicht so viele Leute da. Und man konnte ganz in Ruhe an dem Grab von der Queen vorbeilaufen und konnte sich das angucken. Und diese Kapelle ist einfach, also ich fand das total genial und so schön, weil da ja auch die ganzen anderen Könige begraben sind. Und das war halt, man hätte ein bisschen mehr Zeit noch gebraucht. Also das würde ich mir echt wirklich gerne nochmal in Ruhe angucken, wenn sich das auch mit der Queen ein bisschen gelegt hat. Das ist ja doch noch jetzt im Moment sehr frisch alles. War ja eh komisch, dass man genau 14 Tage später eben an dem Tag, wo sie beerdigt worden ist, schon da stand und das dann mal im Original sehen konnte. Auch die Straßen da so lang gefahren sind, wo sie dann eben getragen worden ist oder eben doch zu Grabe getragen worden sind. Ja, du nicht. Für mich war das was Besonderes gewesen. Fertig, aus. Ich fand es schön, dass wir da waren. Wir haben auch vor, nächstes Jahr eventuell nochmal nach England zu fahren, also dann aber in die Richtung Schottland eher hoch. Aber das müssen wir dann sehen, wie es nächstes Jahr läuft. Ja. Aber wie der Hund auch vor allen Dingen noch drauf ist. Der ist ja nun wirklich schon sehr alt, unser Deuten. Das ging ihm diesmal sehr gut. Viel gelaufen, viel gewandert. Das macht er immer noch gerne. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, ob er noch fit bleibt und wir ihn noch ein Jahr haben dürfen. Hängt alles davon ein bisschen ab. Schauen wir mal bis dahin. Sagen wir erstmal Tschüss, bleibt schön gesund und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr auch so nette Kommentare geschrieben habt auf Instagram und Facebook und ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht schaffen wir ja jetzt bald die 5000. Wir sind ja geduldig und dann bis bald. Tschüss. 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 Achso, tschüss.